Willkommen in meinem Dachstudio. Neulich habe ich beim Stöbern auf YouTube ein ukrainisches Liebeslied gehört, das mir sehr gefallen hat. Es ist dargeboten vom Orchester des Gymnasiums von Kranji, einer Stadt in Slowenien zwischen Ljubljana und Villach gelegen. Zwei Jugendliche singen das Lied, das Orchester begleitet und auch der Chor ist dabei und unten drunter läuft ein Schriftband mit einer englischen Übertragung des gesungenen Textes. Dieses Lied begleitet mich seit der Zeit wie ein Ohrwurm. Und ich habe schließlich transkribiert und einen Text dazu gemacht, der zwar nicht wörtlich den ukrainischen Text wiedergibt, aber sinngemäß. Dann habe ich die Begleitstimme aufgenommen und die Melodiestimme dazu und jetzt möchte ich alles zusammen singen und spielen. Ich hoffe, dass das gelingt. Ich hoffe, dass das gelingt. Mondlicht durchflutet die Sternklare Nacht und ich hoffe, mein Schatz, du kommst bald. Hat dich die Arbeit auch müde gemacht, komm mit mir zu dem Häuschen im Wald. Hat dich die Arbeit auch müde gemacht, komm mit mir zu dem Häuschen im Wald. und ich hoffe, mein Schatz, du kommst bald. auf dem Gras, denn ich trage dich auf meinem Arm. So werden auch deine Füßchen nicht nass und an meinem Herz hast du es warm. So werden auch deine Füßchen nicht nass und an meinem Herz hast du es warm. so werden auch deine Füßchen nicht nass und an meinem Herz hast du es warm. himmlischen Schein, so wie Perlenblanz liegen sie da. Bald werde ich mit dir Schätzchen dort sein und dann bin ich dem Himmel so nah. Bald werde ich mit dir Schätzchen dort sein und dann bin ich dem Himmel so nah. Traumhaft schön dieses Lied, nicht wahr? Ja, und damit grüße ich alle, die gefallen haben an solchen Liebesliedern und sie nicht nur einmal, sondern oftmals hören und singen. Und damit geht auch ein herzlicher Gruß an alle in den Altenheimen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.